Die Bibel zum Anfassen Die Bibel zum Anfassen Und das Neue Testament ist natürlich Jesus Christus, der gekommen ist und ein neues Leben zu schenken. Und motiviert sind wir eigentlich dadurch, dass das Wort selbst, auch das nämlich heißt, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern spätiert, wozu es ausgesandt ist, wie es hier drin steht. Und dann sage ich vielen Dank.